hallo grüßt euch und herzlich willkommen auf meinem kanal zu einer weiteren mod vorstellung für transport fieber 2 schön dass ihr dabei seid ich habe heute was vom guten sabin der hat nämlich im transport fieber forum eine wunderbare mod veröffentlicht nämlich ein kombinierbares tram depot für den schönbau das hat keinen wirtschaftlichen aspekt dass es dient rein dazu dass es schön aussehen soll aber das tut es auf jeden fall und ich kann schon mal vorweg nehmen das ganze kann man auch ja um funktionieren kann man auch als lagerhalle benutzen oder als bus depot also das ist wirklich sehr sehr vielseitig einsetzbar und wirklich eine klasse sache download link packe ich euch unten mit in die video beschreibung und ich benutze auch ein straßenpaket wo man besser die tram gleise verlegen kann die dann auch in dieses depot rein passen das verlinke ich euch auch mit das ist das straßenpaket vom guten joefried gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr aber ich habe mich jetzt erst mal für dieses entschieden gehen wir mal hier rüber hier habe ich mir schon mal eine fläche eingeebnet das solltet ihr wenn ihr das baut auch tun weil das ganze passt sich nicht an das terrain sondern das sollte wirklich auf ebenem untergrund stehen und dann gehen wir hier unten auf landschaftsbau und auf assets und dann haben wir hier dieses s7 und da finden wir das tram depot für den schönbau und wenn wir da drauf gehen dann seht ihr wir haben hier zwei regler und dann haben wir ganz viele verschiedene ganz komische symbole mit x und grünen icons dran jedes symbol hier hat auch eine zahl da haben wir noch schraubenschlüssel etc ist aber gar nicht so schwer wie es auf den ersten blick aussieht gar nicht so kompliziert wir haben hier oben setzt da haben wir dann so eine halle quasi das x steht immer dafür dass an der stelle keine geschlossene wand ist wenn wir jetzt hier zum beispiel die v10 nehmen dann seht ihr hier an der seite ist die wand geschlossen und wenn wir die v11 nehmen seht ihr da ist dann auf der einen seite das ganze geöffnet muss man so rumdrehen und wenn wir hier die v13 nehmen dann seht ihr beide seiten sind geöffnet ja wir können hier sets bauen dafür sind die regler da da können wir hier nämlich die reihen einstellen bis zu vier stück dann haben wir vier stück hintereinander wie gesagt ist auch wunderbar benutzbar für ein bus depot könnt ihr auch lkws parken von mir ist auch fahrzeuge was auch immer lässt sich super um funktionieren wir wollen jetzt aber mal eine reihe dann könnt ihr das ganze hier noch in der länge verschieben bis zu 120 prozent und runter bis auf 90 könnt ihr euch so justieren wie ihr das braucht dann setzen wir das mal hierhin gucken uns das erstmal kurz an ist eine simple halle so eine durchfahrhalle hier hängt noch ein feuerlöscher noch so ein schaltkasten hier an der seite aber sehr sehr schön das ganze hier oben ist dann auch noch so wie ich das sehe die halterung für die oberleitung gleich mit angebaut passt wir haben auch gleich eine straßenbahn neu verfügbar und ja simpel aber dennoch sehr sehr gut zu gebrauchen und dann haben wir hier ganz viele andere sachen wir haben auch noch das set wo auf der rechten seite dann quasi das können wir uns auch noch mal angucken wo auf der rechten seite quasi die werkstatt dabei ist gehen wir mal hier kurz ins kamera tool dann sehen wir das auch besser hier ist die werkstatt dabei da kann man hier auch hochgehen dass man auch an den oberbau der tram dann auch dran kommt hier haben wir noch so ein büro oder wartungsraum sehr sehr cool das ganze das nehmen wir aber noch mal weg und denn man kann das ganze nämlich auch deswegen heißt es kombinierbar natürlich super kombinieren ist da so ein bisschen frickeln dass das auch gleichmäßig ist so einmal hier dran und dann ist das ganze kombiniert haben wir quasi von der breite her jetzt sechs lagerhallen lagerhallen depothallen anstatt drei dann haben wir aber auch die möglichkeit hier aus diesen einzelnen elementen und selber eine lagerhalle zusammenzubauen jetzt nehmen wir zum beispiel hier genau links zu rechts offen stellt ihr euch hier hin dann nehmt ihr hier diese wo beide seiten geöffnet sind stellt euch das hier hin und stellt ihr euch das hier hin und dann könnt ihr auch sagen dass hier möchte ich das machen wir so dass hier möchte ich ein bisschen länger haben als die andere seite sagt ihr einfach hier zack im normalen schön war würde man das natürlich noch feiner justieren das ist jetzt zur veranschaulichung soll jetzt nicht super schön aussehen sondern euch nur veranschaulichen wie das ganze funktionieren kann und dann bauen wir auf die seite noch mal diese halle dann haben wir quasi eine halle die hier vorne quasi noch eine verlängerung hat also da kann man wirklich gut mit rumspielen sehr sehr cool das ganze sehr sehr schön dann haben wir hier aber noch ein paar andere sachen mit geschlossenen toren ja das seht ihr hier vorne wenn hier so eine gestrichelte linie ist ist das tor geöffnet ist die linie durchgezogen ist das tor quasi geschlossen das kann man daran gut erkennen und dann haben wir hier auch noch die da ist hinten dann da ist hinten an der wand und das ist dann dieser graue rahmen hier drum daran erkennt man ob das ganze komplett geschlossen ist oder nicht hier haben wir zum beispiel nicht nur hier haben wir nur an den seiten diesen rahmen und die x auf den grauen rahmen das bedeutet dann die mauer ist geöffnet und vorne und hinten ist keine dran aber wir haben auch noch hier das das ist quasi das modul was hier drin steht nur gespiegelt da müssten wir dann das nehmen mit geschlossenem tor das könnten wir dann hier einbauen das kann man auch prima hier einfach noch reinbauen zack super wie sich das ganze hier reinbauen lässt also wirklich wirklich toll dann aber hier noch seiten anbauten quasi einmal kleiner einmal größer das hier kann man super einfach hier reinbauen an die seite so und dann hat man nämlich hier drin auch noch quasi eine fensterfront hier oben und draußen hat man noch so ein anbau mit rolltor und wie gesagt dann hat man auch noch die kleinere variante die hier genau war das die so in die kann man sich dann auch noch draußen dran bauen dass man so einen abschluss hat das sieht dann noch ein bisschen besser aus also wirklich sehr sehr schön das ganze dann haben wir noch die möglichkeit uns hier oben an die halle ich glaube das ist ich bin mir gar nicht sicher was das sein soll ist das der abschluss für die oberleitung den man hier dann dran macht hier oben kann das sein ach hier steht nun nehmen oder ist das hier halle 1 aber wie kann ich denn dann alle zwei beschriften geht das so das ist natürlich jetzt eine gute frage man das machen kann oder geht das auch wie bei der anderen mod so ja das ist super steuerung alt gedrückt halten dann kriegt ihr dieses zeichen hin und dann könnt ihr euch hier noch das ganze beschriften sehr cool das ist wirklich prima dann ist es aber nicht der abschluss für die oberleitung sondern die beschriftung für die hallen dann würde ich das doch er hier oben dran bauen hier so genau und dann 1234 und dann habt ihr das durchnummeriert sehr sehr schön und zu guter letzt haben wir dann noch das hier das hier wollte ich das ist quasi noch für die schienen die ihr hier reinlegt das könnt ihr euch hier einlegen ich würde das so bauen das legt ihr euch hier rein und dann kommen wir zu den straßen die ich erwähnt habe die normalen straßen die sind halt einfach nicht geeignet ihr seht man könnte das hier einbauen aber die straße ist viel zu breit ich lege die mal kurz hier rein ihr könntet jetzt hier nehmen keine zweite bauen das ist das problem deswegen geht das wahrscheinlich nicht ohne straßenpaket und wenn ihr hier diese straßenpaketen nehmt dann habt ihr hier entweder der weg die oberleitung weg den pflaster weg oder halt den feldweg und wenn wir da dann eine tramschiene drauflegen dann passt die hier wunderbar müsste so ein bisschen ausprobieren wunderbar hier rein zieht ihr euch hier durch und dann justiert ihr das nochmal richtig so zack dann nehmen wir hier die zweite ist halt ein bisschen friemelei aber der tram bau in transport füber ist ja eh nicht so der allerbeste das ist wirklich einfach viel zu kompliziert und ja auch nicht wirklich schön möglich und so könnt ihr euch hier eure schienen rein legen und dann könnt ihr sagen hier zack die geht nach da und die fädeln wir uns hier ein die fädeln wir uns hier auch noch ein problem ist halt dass hier so eine komische kreuzung gebaut wird das geht leider nicht anders dieser bogen hier damit die tram die von hier kommt auch hier rüber abbiegen kann das wäre übrigens was für den nachfolger wo ich definitiv sagen sage dass sie das verbessern werden also urban games ist ja schon ein entwicklerstudio was viel auf kritik eingeht und ich bin tausend prozent davon überzeugt dass die im hintergrund schon einem nachfolger arbeiten der nichts neues innovatives wahrscheinlich bringt aber alles viel viel besser macht und auch eine engine hat die nicht so performance fressen ist da bin ich sehr fest von überzeugt und so sachen oder auch der bau im untergrund das wird dann wahrscheinlich viel viel besser sein ja so könnt ihr das ganze bauen wirklich sehr sehr schön jeder hat da natürlich seinen eigenen stil und präferiert da seine eigenen konstruktionen das ist nur um euch zu zeigen wie das ganze in etwa funktioniert ich denke das habe ich hinbekommen hier haben wir noch die lagerhallen ihr baut also erstmal ein set und dann könnt ihr auch sagen ich möchte aber die tore zu haben dann fügt ihr das hier hinzu und dann habt ihr hier vorne die tore auch geschlossen also ihr könnt da ganz viel rum probieren alles ist kombinierbar alles ist modular erweiterbar eine tolle sache haben wir so in der art noch gar nicht und wirklich eine bereicherung fürs spiel danke an den guten saving für diese tolle mod danke für eure aufmerksamkeit und fürs reinschalten ich würde mich sehr über ein däumchen nach oben freuen und wenn ihr neu auf meinem kanal seid oder noch nicht abonniert habt würde ich mich sehr über ein abo freuen knapp 57 prozent meiner zuschauer haben noch nicht abonniert würde ich mich sehr darüber freuen wenn ihr das nachholen würdet in dem sinne viel spaß damit und bis zum nächsten mal tschau tschau